Erstmal, glaube ich, ist es wichtig, dass wir jetzt mit ihm und in ihm einen Trainer haben, der gut zur Mannschaft passt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch über den Winter, wir haben ja jetzt verabredet, dass wir jetzt erstmal bis Winter weitermachen. Dann setzen wir uns nach dem letzten Spiel mit ihm gemeinsam hin, werden das besprechen und dann auch möglicherweise darüber hinaus weitermachen. Und ich wünsche uns, ich bin ja Teil dieses Klubs, uns jetzt ganz einfach in den nächsten Wochen viel Glück weiter da zu machen, wo wir zwar gestern leider nicht mit einem Sieg aufgehört haben, aber mit dem Spiel. Und wenn wir so spielen wie gestern, werden wir die nächsten Spiele auch allesamt gewinnen. Präzisionsfrage, wenn Sie sagen, über den Winter hinaus, heißt das bis Sommer oder heißt das dann bis Sommer und darüber? Ja, das werden wir besprechen damit eben, also in aller Ruhe. Bis zum nächsten Mal.